Wir haben zusammen mit einem Partner eine Möglichkeit gefunden, Schadenssatzansprüche für Dieselfahrer direkt zu vergüten. Das heißt, wir bieten getroffenen Daimler Kunden die Möglichkeit, die Ansprüche sofort zu verkaufen und dafür eine Sofortzahlung zu erhalten. Das hat den Vorteil, dass sich keiner der Musterfeststellungsklage anschließen oder eine Einzelklage führen muss, sondern mit dem Verkauf der Schadenssatzansprüche sind diese Fahrer praktisch aus allem raus, erhalten ihr Geld, wenn sie es jetzt haben wollen.